Ach ja, Wochenende. Endlich Ruhe. Herrlich. Oh. Gehst du noch weg? Ja, ich gehe mir mit den Mädels noch im Tiergarten, die verkrinken. Ich kann sie! Also, da gibt es jetzt was mit A. Auf so eine billige Abzocke lasse ich mich doch nicht abzocken. Ich zeige sie doch an. Ich habe mich entschieden.